Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 da können wir das mal reinpacken und da das eisen so lange wir jetzt ein bisschen holz holen erst mal was essen so dann holzen wir erst mal die hier und die tannen brauchen wir ich gehe dann schon mal die setzlinge da weiter hinten verteilen an den platz brauchen wir demnächst das ist dann blöd wenn die ganzen bäume hier rumstehen machen wir hier hin das sollte dann auch erst mal reichen hier haben wir noch ein wirkensetzling ein bisschen holz holen mit und den dann noch ja es könnte dann erst mal mit denen reichen und die müssen unbedingt die setzlinge einsammeln ich bringe mal nicht so viele da ist auch schon einer so nehmen wir noch den mit und dann machen wir weiter ach ne ich brauchte ja noch normales holz das hätte ich jetzt vergessen so so okay jetzt habe ich kein knochenmehl mehr toll da ist ein apfel gut gut dann können wir jetzt weitermachen so hier wollte ich jetzt eigentlich keine bäume mehr aufstellen aber das ist so verlockend so jetzt aber hier brauchten wir noch das bild Na, jetzt dauert das wieder so ewig. Bis jetzt. Gut. So, hier machen wir wieder recht viele Werkbänke hin. Das ist echt neustisch. Ne, ne, das wird dafür nicht verbraucht. Das können wir jetzt erst mal dafür nehmen. Auch nicht alles. Oh, das reicht. So, die Blumentöpfer haben wir natürlich jetzt gar nicht mitgenommen. Die holen wir gleich. Ne, das ist nicht ganz... Nicht ganz so wie ich das haben möchte. Äh, genau. Hier ist auch noch gar kein Licht. Das ist nur zwei. Hier haben wir das Licht. Okay, dann machen wir hier noch eins hin. Und hier machen wir irgendwie so zwei. Einmal so und einmal so. Dann reicht das nämlich auch aus. Und hier das gleiche. Sieht zwar da nicht so hundertprozentig schön aus, aber... ...besser, wie wenn's ganz dunkel wäre. Ähm, hier haben wir alles. Jawohl. Ist auch alles bis auf die Blumentöpfe ist da eigentlich alles fertig. Gehen wir mal hier nach oben. Hier haben wir nämlich dann auch noch ein Büro. Das kriegt auch ein paar Werkbänke rein. Die kann man vielleicht irgendwann mal austauschen gegen, ähm... Na, wie heißen die Dinger? Ähm... Bücherregale, meine ich. Hier wieder den Stuhl hin. Und... Diesmal fang ich mal so an. Mal gucken, ob das besser ist. Hä? Nee, ist nicht besser. Gar nicht. Warum zieht sich das dann immer rum? Verstehe ich nicht. Und das. Dann wieder Computer. Dann noch Bild. Es wird schon wieder dunkel, ne? Das geht viel zu schnell. Ja, das geht viel zu schnell. Das ist schlimm. Soll ich das richtige Bild da rankriegen? Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee. Ach. So ein Ärger. Hm. Wann kriege ich denn das jetzt nicht mit? Wann machen wir das so? Geht's denn jetzt hier runter, da? So, ich nehm da schon mal auf den Weg wieder einen Eimer Wasser mit. Na, lass mich da rein. So. Äh, dann gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab fast nichts mehr zu essen. So, das sind alle. Da haben wir das. Ähm, ja. Brennerei. Wir brauchen ja die Blumentöpfe. Ich hab grad gedacht, da wäre jemand in meinem Haus. Aber das war nur der Kuchen, der so aussah. So, Lehm. Äh, okay. Mehr kriege ich nicht mit. Ja, das macht nix. So. Gut. Dann weiter. Hab ich eigentlich Dings dabei? Nein. Ach, das sind so langsam sind das ganz schöne Laufwege. Muss man dann doch mal die U-Bahn recht schnell machen. So, das. Ah, das ist ja blöd. Diesmal passt das nicht. Äh. Wir haben auch nur noch gelbe Blumen dabei. Ich auch jetzt nicht so toll. Die tauschen wir dann irgendwann aus. Und dann mal fahren oder sowas haben. Toll, jetzt liegt da ein Ding rum. Hm. Das ist ja ärgerlich. Ähm. So, machen wir das jetzt so. Hier war dann fertig. Na, lass mich raus. Dadurch, glaub ich, auch fertig, ne? Ja. Dann nach oben. Hier weiter. Da muss noch das Bild ran. Hm. So. Hier können wir dann auch einen Blumentopf machen. So. Ach, ne Tür muss ja auch noch rein. So. Okay. Dann hier. Hier muss dann auch erstmal Licht rein. Kann ich über das hier anstellen. Einfach hier. Es ist zwar dann vorne, seht mich, passt dann nicht, aber hier hinten passt es. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt weiter hierher. Ich habe Holz. Ja. So. Zack. 1, 2 und dann hier und dann passt das trotzdem nicht? Das würde mich doch jetzt hier irgendwie ärgern, oder? Okay, dann passt es halt nicht. Das war ein Mist. So. Ich glaube, so viel ich brauche, will ich hier hinten auch gar nicht. Dann, ähm, nee, Rahmen nicht. Bilder brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Das passt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier den großen Fernseher hinbekommen. Hm, jetzt kommen die ganzen kleinen Bilder. Na los jetzt. Hm, das will nicht. Nee, das will so gar nicht. Hm. Ah, da ist er. Super. Dann, ähm... Und das. Ich brauche eine Bergbank auch. Nein, deswegen schmeiß ich es ja jetzt weg. Nee. So, die machen wir... ...erst mal hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier brauche. Na, da können wir mal ein paar mehr machen. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Und einmal so. Und so. Und so. okay da muss ich jetzt mal gucken, genau das war so, dass es gepasst hat ähh da kommen die hin und dann die aber andersrum also so rum gucken wie das hier passt, dann haben wir noch einen und das passt natürlich dann nicht mehr das ein noch und ein und noch ein, habe ich den auch ganz am Eck, ja okay dann geht's wo ist meine Axt? liegt die irgendwo rum? so dann brauchen wir von denen noch ein paar so okay und eine so eine Platte dann machen wir da einen drauf so und da am Eck muss natürlich auch noch einer hin ich denke einer sieht da ein bisschen niedrig aus, aber wir lassen das erstmal so 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 das ist dann der Konferenzraum da hatte ich doch irgendwo Werkbänke, ne? ja denn wir brauchen ja noch zwei Türen eine und die zweite eine und die zweite so dann ist da nämlich auch komplett fertig hier hinten war nichts mehr jetzt mache ich da wieder Holz hin so was so, Licht dann hier noch einen Blumenkopf hier könnte man eigentlich wieder so ein Pfandregal machen hier na, aber da oben kriege ich nichts mehr drauf ne, machen wir nur eins so, okay so könnte man hier dann theoretisch auch machen praktisch auch, okay dann müssen wir irgendwann nur nochmal die Blumen austauschen und das sieht echt blöd aus, so gelb auf gelb und dann ähm, eins, zwei, drei, vier, genau hier wird ja auch noch mal da äh, regnet das? wird das schon wieder dunkel? haaah, verdammt ja, ich komm ach shit, machen wir die weg äh, ins Bett sofort ins Bett bei mir geht das noch eine Weile ja, ich muss auch erstmal ins Lager rüberlaufen ih, es regnet das ist ja eklig so, ich bin am Bett gut, dann gute Nacht gut 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 ców gut gut amped Untertitelung des ZDF, 2020